Mach mal wieder dein Papaya-Bot. Könnt ihr euch noch erinnern? Zur Corona-Zeit, noch nicht mal so lange her, da haben alle, wirklich alle, Bananenbrot gemacht. Aber ein Papaya-Bot, das habe ich noch bei niemandem gesehen. Kerne müssen wir rausmachen. Wusstet ihr, dass die Kerne, die trocknen kannst, dass die einfach eins so einschmecken wie Pfeffer? Ich muss auch direkt das Missverständnis aufklären, weil ich habe nie ein Papaya-Bot gemacht. Ich habe immer nur ein Papaya-Bot gemacht. Und das liebe ich. Und das gibt es jetzt auch zum Frühstück bei uns. Die Zubereitung ist auch komplett individuell. Ich habe jetzt ein bisschen Joghurt, zum Beispiel Shia-Samen drauf. Ein paar Haferflocken. Kannst doch Müsli nehmen, kannst alles nehmen, was du möchtest. Oder was weg muss. Eine Banane, jeder ungefähr eine halbe. Das ist auf jeden Fall das schönste Brot, was ich je gesehen habe. Da mache ich mir dann noch ein paar Blaubeeren drauf. Und ein paar Träubli. Oh, ich liebe die Dinge. Dann habe ich mir dann noch ein paar Kokosflocken drüber. Und ein bisschen Honig. Oh, der Honig ist leer. Boah, jetzt guckt ihr an, wie schön das aussieht. Das ist ja richtig gut essen. Einfach einen Löffel. Jetzt kannst du hier in die Papaya rein. Mit ein bisschen Joghurt und einer Blaubeere. Mmmh. Lecker. Und wer ein gutes Rezept hat für ein Papaya-Brot, schreibt ihr meine DMs. Oder schreibt sie in die Kommentare. du schreibt sie in die Kommentare. Und vorn ist weg. Vielen Dank.